Bunnies, ihr seid hier! Bunnies, was zum Teufel war das? Wollt ihr etwa, dass die Zombies unsere Schule besetzen? Wer von euch hat diesen Sackert geküsst? Erzählt! Wer von euch hat diesen Jungen geküsst? Oh, die Ratten wissen es schon! Tja, sie! Mary, hast du noch nicht genug Abenteuer erlebt? Mary, mach was du willst, aber Sackert sollte nicht im ersten Stock erscheinen. Diese Zombies haben beschlossen, den ganzen ersten Stock zu besetzen. Oder warum laufen sie rum? Dein Sackert ist wie ein Kamel, das überall hinläuft und rumspuckt. Ratten, hört auf mich anzuschreien. Als ich ihn geküsst habe, hat er mir nicht gesagt, dass er überall hinspucken wird. Schaut, wie verrückt die Ratten sind. Sie sind doch nur neidisch, dass Mary jemanden küsst hat. Und sie nicht. Mädels, jetzt macht mal halblang. Eigentlich sollte ich Sackert küssen. Knopper, du gerätst gerade in ein Chaos von Gefühlen. Das habe ich ja auch gesagt. Und ich habe eine Idee. Es gibt noch drei Jungs bei den Zombies. Kostja, Soup und Zack. Wir könnten sie für die Frogs benutzen, oder? Wirklich? Und wer wird die drei küssen? Du, oder was? Nein, Mädchen. Wir alle. Wir sind doch zu viert. Und es sind drei von ihnen. Lasst uns mit Salina noch entscheiden, wer wen küssen wird. Wisst ihr, Mädels? Ich könnte ja sehr küssen. Aber nein, danke. Auf keinen Fall. Denn er hat mich schon einmal abserviert. Mädels, kann ich bitte niemanden küssen? Ich bin ein Neuling. Mach das bitte ohne mich, okay? Cool, eine ist schon weg. Wir sind zu dritt. Lasst uns entscheiden, wer wen küsst. Aber ohne Salina. Okay, ich küsse Zack. Dann nehme ich Soup. Was? Ich? Kostja? Salina wird mich doch beißen. Nein, danke. Na, Tia. So ist es aber jetzt. Also werden wir Mädchen die Frösche glücklich machen. Jetzt bekommen sie Freunde. Hallo, Leute. Also, Jungs, wir finden, es ist an der Zeit, dass ihr normale Teenager werdet. Seid ihr bereit? Ihr bekommt einen Kuss von den Bunnies. Was soll der Unsinn? Mädchen, geht auf eure Etage zurück. Einen Kuss von den Bunnies? Ich bin bereit. Toll, Zack. Ich küsse dich. Soup, ich hab einen Kuss für dich. Und Kostja, ich werd dich küssen. Und du, Salina, du findest schon einen anderen Kerl, der dich aus dem Band zieht. Das ist das Ende für Zombies an dieser Schule. Zack?